So, willkommen zurück zu Rocket Leech Auch bei Neues, der letzte Part, Alter, war ja mal richtig belastend Erste Runde haben wir gewonnen, die zweite Runde haben wir... Ja, die zweite Runde bin ich rausgegangen Die dritte Runde haben wir dann auch verloren Und die vierte Runde ist die Verbindung abgehauen Läuft Hm, genau Na, ich glaub so braucht es, ne? Herrlich Na, dann wollen wir mal Ich hoffe, die klappt jetzt hier halt ein bisschen besser, ey Ja, okay, okay, okay Okay, okay Oh, fuck Oh, fuck Randa, randa, randa 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 Oh, Mann Wer ist drin geknüppelt? Oh, Mann Pfeifen Randa Rande Oh, Scheiße geile sache naja, Eigentor, ja Eigentor ist immerhin gut Oh Mann, E Oh, ey, shit. Ah, der Greifhaken, sehr schön. Mit dem hab ich auch schon Tore gewollert. Oh, schade. Ah, der Greifhaken, sehr schön. Ah, der Greifhaken, sehr schön. Ah, der Greifhaken, sehr schön. Tor im Rückwärtsgang. Ha, geil. Tor im Rückwärtsgang, sehr schön. Der Greifhaken hat noch nicht gehabt. Sehr nice. Gut, das war's, ey. Das haben wir auf jeden Fall gewonnen, ey. Geile Sache. Na klar, warum nicht, wenn's geht. Oh, der war fast wieder drinnen, ey. Na, cool. Hot, 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 hot shot Flügel. Ne, danke, ey. Oh, weiter jetzt. Maximal drei Runden, wenn's gut läuft. Ja, schön. Ja, schön. Hm, auch gar nicht mal so schlecht aus. Wow. 3, 1, 2, 1 Das ist hier nicht so meine Map ey, die mag ich überhaupt nicht so ey. Keine Ahnung. Ist mir einfach zu eckig, also nicht so mein Stil ey. Na, schauen wir mal. Na ja, wunderbar. So muss es sein. Boah. Boah. Oh yes, baby. Der war mal big, nice ey. Na, wohl ein Engtor war. Oh. Ah, meine Lieblingsfunktion. Na, da musst du erstmal in die Nähe des Balls kommen ey. Oh. Oh, alle richtig. Na, wo ist er? Da. Oh. 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 Patrick. Geil. Läuft ja mal wieder. Da. So. Da muss ich jetzt nicht laufen ey, aber ist leider nicht so. Oh, ja, da war eine Bombe. Oh, Mist. Oh, was ist denn jetzt los? Oh, shit. Ich Dopo. Ich indicie. Oh, cool. Ich. Vielen Dank. da dürfte nicht mehr allzuviel passieren wenn die leute nicht alles falsch machen genau das habe ich gemeint wir müssen auch ein bisschen aufpassen zehn minuten können auch so lang sein wunderbar sauber gelockt die leute aufpassen wir machen uns noch kalt wir machen uns noch kalt also dabei fliegt und fliegt man verpiss dich doch mal du opfer ich krieg's in der kelle schade blocken blocken block den ball rein das ding weg und greif geschehen alle und warum kann ich noch ne Runde, wie sieht's aus leider hier 2 könnte ich hier nicht entscheiden Drecksmaushau ab Na leute drückt doch mal go ey, ist doch belastend ey Hallo Ei du Opfer Mr? drückt doch mal enter Ah du dummes Stück Scheiße in 60 FPS ey So was kotzig ab ey Dass die Leute nicht drücken können ey das Kotzt mich regelrecht an Scheißen ist ja Wichsen alter so eine Mutterbumsen alter Drückt doch mal verdammt nochmal enter ey Kotzen ey Letzte Runde ja So So was sind wir? Orange sehr schön, das hat auch schon mal erklärt Ich liebe diesen Wirbel ey Ich liebe diesen Wirbel ey Ich liebe diesen Webel Na ja Warum auch nicht Warum auch nicht jetzt habe ich die scheiß funktion er kann das auch echt war eine bombe 186 km das hält kein mensch am besten hatten wir heute vor dieser rückwärts dank tor er war cool er war knapp auch noch daneben er er Oh, come, come, come. Oh, shit. Oh, come. Oh, verdammt, der hat nichts mehr geführt. Oh, was? No, your kid said I missed. Lock in! Oh, die, 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 die. Das ist ja wild 3-1. Schade. Boah. Vor dem Tor. Ah, das ist ja keine Chance. Ah, das ist ja keine Chance. Ah, geil. Teamarbeit. Ah, das ist ja super greifhaven. Ah, der ist geil. Oh, was ist die los? Oh, verdammt. Jawoll. Oh, was ist die los? nicht mehr machen sehr schön dann haut gehen wir raus und sehen uns auf jeden fall im nächsten part also haut da rein bis dann